Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. 50.000 Euro möchte ich im Jahr 2023 an der Börse investieren und nun ist der Monat Juli bereits vorüber. Das heißt, sieben Zwölftel des Jahres sind bereits geschafft. Bedeutet aber auch, wir befinden uns schon fast in der Vorweihnachtszeit. Das heißt, man kann sich schon auf die Lebkuchen freuen. Bevor jetzt das Wasser im Mund zusammen läuft, schauen wir uns erstmal an, was der Juli so gebracht hat, weil das war durchaus ein ganz spannender Monat. Die Unternehmen haben mal wieder ihre Bücher geöffnet und wir konnten uns anschauen, wie schrecklich die Rezession nun wirklich ist. Und kleiner Spoiler, ganz so schlimm war es gar nicht. Beginnen wir wie immer mit meinem kleinen Depot, dem 0815 Dividenden Strategie Depot. Hier habe ich, große Überraschung, zehn Unternehmen bespart, A28 Euro, ergo in Summe 280 Euro. Die Unternehmen, die ich bespart habe, sind Nike, Mastercard, Altria, Johnson & Johnson, Starbucks, Procter & Gamble, McDonalds, Broadcom, Microsoft und Apple. Im Depot sieht das Ganze dann wie folgt aus. Aktueller Depotwert sind über 28.000 Euro. Das heißt, ich bin über 50% im Plus. Das ist schon eine ordentliche Summe. Investiert habe ich hier 18.000 Euro und bin 9.372 Euro im Plus. Schauen wir uns die ganzen Werte an. Dann nach wie vor einsamer Spitzenreiter hier mit 144%. Die Apple-Aktie kratzt jetzt an den 5.000 Euro. Dann haben wir Microsoft hier mit 109% und Broadcom mit zwei, mit dem auch über 100%, 108%. Dahinter haben wir dann einige hier, McDonalds 43, Starbucks 41, Procter & Gamble 48 und natürlich hier in der Ecke hat er sich versteckt. Die Altria-Aktie, die rote Laterne, minus 6,39% exklusive Dividende und die ist bei der Altria recht üppig. Aber ja, rote Laterne geht wie immer an die Altria. Machen wir mit den anderen Depots weiter. Als erstes mit dem Depot der Sparplan-Offensiv. Hier habe ich, große Überraschung, auch Aktien im Wert von 500 Euro gekauft. Das ist hier mein klassisches Core-Satellite-Portfolio. Das heißt, 80% fließen in weltweite ETFs und 80%, also diese 80% habe ich 70-30 aufgeteilt. Das heißt, 280 Euro fließen pro Monat in den Developed World ETF aus dem Hause von Vanguard. Das sind inzwischen auch schon 107 Stück. Das sind 8400 Euro und 30% von den 80, das sind dann 120 Euro, fließen in den Emerging Markets FTSE von Vanguard, dem ETF, sind 3100 Euro. Und die vier Satelliten, die ich mir hier für dieses Depot rausgesucht habe, sind einmal LVMH, Apple, Mastercard und Denneha und da fließen jeweils 25 Euro rein. Und jetzt kommen wir noch zum großen Depot. Das ist hier ein tolles Kuchendiagramm. Da gehen wir wie immer hier in die Kontenübersicht. Da habe ich auch nur meine Sparpläne ausgeführt. Asche über mein Haupt. Also ich habe ausgeführt meine Sparpläne. 150 Euro habe ich in Rio Tinto investiert. 275 Euro habe ich in Northrop Drummond investiert. 150 in L3 Harris, 165 in Denneha, 100 Euro in Canadian National Wayway, 180 Euro in ASML, 100 in JP Morgan Chase und ebenfalls 100 in den S&P 600 Small Cap ETF. Das heißt, wenn wir das alles zusammenzählen, das waren 1.120 Euro, glaube ich, dann 1.200, 1.220 Euro waren diese Sparpläne. Da kommen 280 drauf, sind wir bei 1.500 plus 500 aus der Sparplanoffensive sind quasi genau 2.000 Euro, was ich auch im Monat Juli wieder investiert habe. Und das ist, ich habe mal nachgeguckt, in den letzten 6 Jahren, also seit 2018, 19, 20, 21, 22, 23, in den letzten 6 Jahren habe ich nie so wenig investiert wie in diesem Jahr. Doch, also im Jahr 2018 habe ich auch so viel investiert. Aber in den letzten 5 Jahren, 4, 5 Jahren habe ich immer mehr investiert gehabt als in diesem Jahr. Aber so ist das manchmal. Okay, also wieder 2.000 Euro die Sparpläne investiert. Wenn man bedenkt, ich habe im letzten Monat 1.800 Euro Dividende bekommen. Das heißt, ich musste, ja, habe quasi 200 Euro effektiv in dem Monat Juli noch investiert. Aber gut, wollen wir mal nicht rumheulen. Machen wir mal weiter. Wie sah die Performance so aus? Gehen wir als erstes hier ins große Depot. Da haben wir, wenn Portfolio Performance fertig ist, habe ich eine Rendite von 1,6 Prozent in diesem Portfolio gehabt. Das heißt, dieses Depot läuft in diesem Jahr nicht so gut. Das hat nur 4,2 Prozent. Bis jetzt auf Jahressicht, da läuft das kleine 0815-Dividenden-Strategie-Depot deutlich besser. Das ist hier bei 14,5 Prozent auf Jahressicht. In Euro ist das gar nicht so schlecht. Und bei dem Depot der Sparplan-Offensive, wenn wir mal gucken, wie das läuft, das steht bei 10,6 Prozent. Das ist eigentlich auch ganz ordentlich, muss ich sagen, in Euro jeweils gerechnet. Machen wir weiter mit den Dividenden. Da schaut es nämlich so aus, dass hier, große Überraschung, hier gab es 59 Cent an Dividende. Nämlich hat nämlich nur Dennerha ausgeschüttet. Beim 0815-Dividenden-Strategie-Depot sieht das so aus, dass Altria ausgeschüttet hat. 33,29 Euro. Und Nike hatte 3,35 Euro ausgeschüttet. Und beim großen Depot kam natürlich erwartungsgemäß ein kleines bisschen mehr an Dividenden. Da ist hier gekommen im Juli, ja, okay, eine ganze Menge. Die größten Zahler waren Philipp Morris mit 122 Euro. Und da war ja Quartalsberichtssaison. Sich die Zahlen von Philipp Morris mal anzugucken, lohnt sich. Das Unternehmen ist nach wie vor, keine Ahnung, es ist immer noch recht günstig bewertet. Ich habe ein umfangreiches Video mit Jonathan gemacht. Es ist günstig bewertet und die wachsen wie sonst was. Ich glaube, der Umsatz ging, glaube ich, um 15 Prozent nach oben, wobei 5 Prozent davon auf Währungsschwankungen zurückgeht. Aber es sind trotzdem 10 Prozent Umsatzwachstum für einen Tabakkonzern. Also das macht mich nicht genau. Die Zahlen waren echt irre. Ich kann es wirklich empfehlen, sich die Zahlen mal anzugucken. Es war schon beeindruckend. Was hat man noch? JP Morgan, 48 Euro gab es da. Der S&P 600 Small Cap ETF hat 45 Euro ausgeschüttet. Altria 31 und eine Realty Income hat wieder 38 Euro ausgeschüttet. Warte mal, wir gehen hier mal auf Wertpapiere und gucken uns mal den letzten Monat an. Vorheriger Monat. Was haben wir da hier? Wer ist denn ordentlich gestiegen? Okay, Dominos Pizza ist heftig gesprungen. Aber das lag, glaube ich, gar nicht an den Quartalszahlen, sondern da gab es einfach nur die Verkündung, dass man eine Partnerschaft mit Uber Eats, glaube ich, ausgemacht hat. Wise, ja, entwickelt sich inzwischen wieder ganz gut in meinem Portfolio, muss ich sagen. Union Pacific auch ist gestiegen, nicht unbedingt wegen den Quartalszahlen. Ich glaube, da gibt es einfach einen Wechsel an der Führungsebene. 3M, naja, die Kursgewinne des letzten Monats sind, glaube ich, schon wieder hops gegangen. Und JP Morgan. Das finde ich wirklich krass, wie die Bank läuft. Warte mal, wir gehen hier mal auf den Total Return. Weil JP Morgan ist inzwischen echt eine meiner Positionen, die richtig ordentlich gelaufen ist, oder? Da bin ich jetzt hier hinten. Guckt euch das hier hinten an. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das ist der interne Zinsfuhr. Also letztendlich wirklich die reale Verzinsung des eingesetzten Kapitals, könnte man sagen. Das sind 16% mit JP Morgan. Das ist wirklich, die Aktie läuft ausgesprochen gut. Ansonsten haben wir hier oben, okay, nach wie vor Spitzenreiter Nike mit 130%, obwohl die Aktie nach wie vor heftigst unter dem All-Time-High steht. AppV ist auch, uh, hat sich auch wieder ordentlich gefangen und Microsoft ist irre, ist irre, ist mit 104% wieder dreistellig im Plus. Aber auch Shell ist hier über, in Summe über 10.000, fast 11.000 Euro im Plus. Also entwickelt sich alles in eine gute Richtung. Aber Coca-Cola wollte ich mir auch mal wieder angucken. Die ist schon wieder ein ganzes Stückchen runtergekommen. Jetzt wieder bei 55 Euro. Muss ich mir noch mal genau angucken, weil ich muss ja wieder ein kleines bisschen mehr an Aktien kaufen. Weil wenn wir hier in die Übersicht gehen, dann haben wir hinten nämlich ein Minus stehen von minus 12.000 Euro. Also ich muss, muss in diesem Jahr doch noch ein kleines bisschen was in Aktien investieren. Aber gehen wir mal der Reihe nach durch bei der Zusammenfassung. Also im Juli, Ende Juli haben wir 28.000 Euro. Im 646 hatten wir bei der Comdirect beziehungsweise im 0815 Dividenden Strategie Depot. Dann die großen Depots zusammen sind 434.000 und das ist heftig. Da gab es einen ordentlichen Satz nach oben. Heißt in Summe neues All-Time-High im Depot mit 462.000 Euro. Kursgewinne gab es in Höhe von 5.800 Euro. 2.000 Euro investiert. Heißt 16.865 Euro in Summe investiert. Hier hinten sieht es halt nicht so gut aus. Was ich ganz verrückt finde ist, die ersten fünf Monate im Jahr gab es quasi keine Kursgewinne und jetzt in den letzten zwei Monaten gab es 21.000 Euro. So ist das halt manchmal. Geht ewig seitwärts. Und dann gibt es mal wieder so einen Satz nach oben und ja auch 21.000 Euro. Ich kalkuliere ja immer so langfristig ist meine Rechnung, dass ich 6% Rendite erziele. 6% Rendite und ich habe glaube ich eine Dividendenrendite von 2,6%. Das heißt auf das eingesetzte Kapital vom Jahresanfang, das ist bei mir hier Anfang Jahres das hier gewesen und von 6% gehe ich aus und 2,6% habe ich Dividendenrendite. Das heißt wir haben noch 2,6%. 3,4% sollten noch an Kursgewinnen kommen per se. Wären 14.000 Euro pro Jahr. Ich habe jetzt schon wieder 21.000 Euro. Also ja, na gut, okay. Wir müssen hier noch die Inflation draufpacken. Also eigentlich müssen wir noch ein kleines bisschen höher, sollte die Rendite in diesem Jahr schon sein. Beziehungsweise ja doch eigentlich ist schon sein, ganz einfach, weil wir eine etwas erhöhte Inflation haben. Aber okay, Kursgewinne auf jeden Fall schon wieder ausgesprochen gut gewesen im vergangenen Monat. Dann kommen wir hier drüben mal noch zu den Dividenden. Da sind wir jetzt bei 448 Euro gewesen. In Summe, wenn wir die drei Depots zusammenrechnen, in dem anderen Depot, was ich noch habe, da gab es gar keine Dividenden. Im Juli, das ist immer eine Nullrunde. Heißt, ich bin jetzt in Summe in diesem Jahr bei, es sind alle zusammenbündet, bei über 6.000 Euro Dividende im Jahr 2023. Das heißt, ich habe jetzt schon mehr Dividende kassiert als in den Jahren 18, 19, 20 zusammen. Ne gut, da habe ich in Summe in Höhe 4.200 Euro an Dividende gehabt. Okay, nein, 6.000 Euro ist solide. Auf sieben Monate gerechnet sehr ausgesprochen gute Dividenden. Gerade wenn wir auch gucken, wie groß der Sprung wieder zum Vorjahresquartal war, da habe ich 263 Euro bekommen an Dividende. Und jetzt ist ein heftiger Sprung, ist solide. Natürlich muss man sagen, bezogen auf 460 Euro Depotwert ist in 448 Euro eine überschaubare Summe. Aber wenn man es dann doch über die Jahre mal zusammenrechnet, das heißt, ich bin jetzt über die Jahre bereits bei fast 22.900 Euro Dividende. Also das sieht immer erstmal überschaubar aus, gemessen am Depotstand. Aber in Summe macht es dann doch irgendwie eine ganze Menge aus. Kommen wir hier unten noch zur Vermögensentwicklung. Na, da sieht es so aus, dass es jetzt hier doch ein kleines bisschen endlich nach oben geht, kann man sagen. Ich hatte hier wirklich eine lange Seitwärtsbewegung. Aber jetzt sieht es hier doch mal ganz ordentlich aus. Erst die letzten zwei Monate halt durch die Kursgewinne getrieben. Ich habe ja, wenn ihr euch hier unten anguckt, die Investitionen sind natürlich seit diesem Jahr sehr überschaubar. Insbesondere, wenn man es mit dem Vorjahr vergleicht. Aber gut, gehört halt dazu. So, und hier die Dividenden sehen auch ausgesprochen ordentlich aus. Ist hier wieder ein schöner Sprung nach oben. Alles gut, bin ich. Bin ich sehr glücklich mit, wie sich das Ganze hier entwickelt. Okay, soviel zu meinem Monat Juli. Also, wir können uns langsam auf die Vorweihnachtszeit freuen. Ich habe ein neues All-Time-Heim-Depot. Die Dividenden sind im Jahresvergleich wieder sehr ordentlich gestiegen. Es ist wirklich, das ist wirklich mal wieder ein ausgesprochen gutes Börsenjahr. Wobei ich natürlich sagen muss, letztes Jahr war unfassbar schlecht. Ich glaube, bei Nestec unfassbaren Knick nach unten. Und mein Depot hatte letztes Jahr, ich glaube, 2% Minus oder so, wo ein MSCI World Minus 10, Minus 12 hatte. Aber in diesem Jahr geht es bei mir natürlich auch nicht so nach oben. Wie es im letzten Jahr nicht so nach unten geht, geht es in diesem Jahr auch nicht so nach oben. Beziehungsweise einfach viele, Moment, wir können ja einfach mal das laufende Jahr uns angucken. Nur in dem großen Depot jetzt hier haben wir hier das aktuelle Jahr. Weil da können wir uns einfach angucken. Okay, guckt mal. Am besten performt der Nestec ETF in meinem Depot. Der Nestec ETF ist in diesem Jahr der Wert mit der besten Performance. Und dann haben wir hier auch den S&P 500, der ist auch relativ weit oben. Es gibt nur drei Einzelaktien, die dahin besser performt haben. Wise, Microsoft und LVMH. Und gucken wir mal auf die andere Seite. Da ist es, okay. Holy Moly. Minus 28% VF Corporation. Northrop Grumman minus 17%. British American Tobacco ist auch ein großer Brocken bei mir im Depot. Minus 17%. Lockheed ziemlich groß. Also in diesem Jahr laufen viele Werte, die das Jahr davor ausgesprochen gut liefen, liefen jetzt halt nicht so. Und hingegen beim Nestec ist es genau andersrum. Daher gut, ich bin breit diversifiziert. Vielleicht sollte ich meine Position im Nestec mal ein kleines bisschen erhöhen. Aber ich glaube, ich warte, bis es wieder mal so ein kleines bisschen nach unten geht. So, so viel dazu. 7 von 12 sind erledigt. Mal gucken, ob ich es schaffe, im nächsten Monat ein kleines bisschen mehr zu investieren. Soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.